Denkst du heute noch mit so einem Kickerhackern? Äh, warst du schon mal jetzt Jettl? Nein, äh, äh... Du bist ein ***. Danke. Gerne. Hab ich noch ne Narbe an meinem Herzenarben. Julian Brandt, nochmals bereit für 90 Sekunden? Ich bin bereit. Ganz sicher? Ich bin bereit. Na gut, zur Sache. Wie sehr hast du mich noch auf dem Kicker? Äh, nicht mehr so. Besteht die Chance auf Versöhnung? Die besteht auf jeden Fall, weil Zeit heilt alle Wunden. Und was macht die Narbe an deinem Herzen? Ja, wie gesagt, die ist noch da, aber die vergeht. Schmerzt die denn noch? Ein bisschen. Okay, ähm, mal was anderes. Wie hast du Ostern verbracht? Mit der Familie. Wo? In Bremen. Und nur in Bremen? Nur in Bremen, ja. Okay, ähm, Stichwort Dortmund. Fühlst du dich denn hier wohl? Ich fühl mich hier sehr wohl. Und beim BVB? Auch. Dann könntest du auch eigentlich auch deinen Vertrag mal verlängern. Den könnte ich eigentlich mal verlängern. Das stimmt. Wann? Heute? 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 Wann? Heute Mittag? Oder stark? Und bis wann? Bis 226? 26? 26? Oder 25? Ne, 26. 25? Zufrieden damit? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, vor allem hier mit dir zu sitzen. Ja, jetzt mal herzlichen Glückwunnen. Ich danke dir. Kurz und knackig, Gründe für die Verlängerung? Ähm, ja, ich fühl mich hier einfach sehr wohl. Verein, Stadt, Spieler, mit dir, mit euch. Ziele? Die Altbekannten. Aber wir verfolgen ja noch eins. Apropos Ziele. Wie viele Tore machst du dieses Jahr noch? Hoffentlich zweistellig. Zweimal! Ne, ja, glaube ich, echt. Eigentlich so.